Ich bin schon irgendwie für Gleichberechtigung, ich mach schon irgendwie Karriere. Ich bin schon irgendwie gegen Gender Pay Gap, ich bin schon irgendwie für die Quote. Aber deswegen bin ich doch nicht gleich Feministin. Ähm, doch! Unterstrich, was machst du denn da am Boden? Komm, steh doch auf und werd dein Bindestrich, denn der stört uns wirklich nicht. Bindestrich, wir mögen dich. Du hilfst uns Wörter zu trennen und zu verbinden, deshalb finden wir dich klasse. Wenn Alice Schwarzer auf den Bus wartet, wartet nicht der Feminismus auf den Bus. Entzückend, naturbegeistert, tiefgründig, emanzipiert, das sind Enten. Exzentrisch, natürlich, teamfähig, emotional, das sind Enten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017